Was macht denn der da? Er steht als mitten auf dem Weg und kommt nicht weiter der Arm. Ja, ist halt Baumgrenze, gell? Die lässt keiner von denen hoch. Sonst gibt's auf dem Gipfel noch Fichterstress. Ja, musst nicht ruhig sein, gell? Du Armabflug. Komm, ich nehme dich mit und zeig dir die Aussicht. Hö, hö, hö. Ruffa, ruffa, ruffa. Geniessen Sie den Wandersommer mit spektakulären Aussichten. Attraktive Angebote auf grabünden.ch